Musik Ja, der Bürgermeister. Hier, meine Frau möchte gerne ein Porsche kaufen. Und die Oma Ellie interessiert sich für ganz schnelle, orange Sportwagen. Ja, ich habe doch geerbt. Ich wollte immer mal einen Sportwagen fahren, also ich nehme den. Ja, ich möchte bitte den Porsche. Ja klar, mein Freund, das ist doch überhaupt kein Problem. Du kannst beide Wagen haben. Der wird sich Melli freuen, so heißt sie doch, glaube ich. Und Oma Ellie auch. Also hier sind die Schlüssel. Und möchtest du überweisen, wie bei deinem Ferrari auch? Alles klar, lass uns den Dien machen. Und was macht die Baustelle am Felseneck? Okay Jungs, Baustelle ist zu Ende. Alle aufsteigen und wir fahren weg. Nur noch die Walzen müssen den Teerwalzen. Dann kann die Eilenweihung stattfinden. Da wird sich der Bürgermeister Jack aber freuen. Oh ja! Und jetzt fahren wir. Und jetzt? Also da ist die Eilen. Ja, ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.